Marihuana Marihuana Auf dem Fahrrad Gar kein Drama Koyama Wann wird das auch legal? Zack, 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 Zack Wann? Wann wird das auch legal? Zack, Zack, Zack Wann? Wann wird das auch legal? Bananaklip, Bananaklip, ey Bananaklip, Bananaklip, ey Bananaklip, Bananaklip, ey Bananaklip, Bananaklip, ey Wann? Wann wird das auch legal? Kroko, loko, batida, de Koko, Latinas und Schokos mit riesiger Puppe Oh oh, ich bin high, ich bin hungrig und ich brums dich auf deinem Grundstück Krummsteig schmeckt, wie das Amnesia und ich ziehe bis ich fliege wie ein Relikan Kopf oder Zahl, die Kopf, mir egal, in meinem Blog ist der Stoff ganz normal Next World Sack, 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 wann, wann wird das noch legal? Sack, 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 wann, wann wird das noch legal? Bananaclip, Bananaclip, ey, Bananaclip, ey, Bananaclip, ey, Bananaclip, ey, ey Sack, mir wann wird das noch legal? Digga, komm, such uns an, wir sind high, wir sind um dich, immer noch gegen das System Die ganzen anderen Rapper draußen haben alle nur Unsinn, haben dieses Leben nicht gelebt Haltet sich für hart, nur weil sie inszeniert und pumpen, aber hier steht für mich gefehlt Wir sind immer noch an nichts, wir haben niemand gebunden, also bitte geht uns aus dem Weg Bari Juana, every day, every day, off the fire, any day, off the fire Sack, 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 wann, wann wird das noch legal? Sack, 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 wann, wann wird das noch legal? Freshe Treter, bunte Farben, echtes Leder, Runde fahren, merk dir mein Name, LX Ich spende mein Samen per Schnellfick, push ein paar Gramm, hol die Hunderter ran Treff mich am Center, die Kunden sind stammt, alles was du brauchst, Baby, unter der Hand Ecstasy Party, ram, pam, pam, pam Digga, komm, such uns an, wir sind ein bisschen ungrich, immer noch gegen das System Die ganzen anderen Rapper draußen haben alle nur Unsinn, haben dieses Leben nicht gelebt Alle sich verharten, weil sie jetzt trainieren und pumpen, aber hier steht für mich gefehlt Wir sind immer noch an nichts, wir haben niemand gebunden, also bitte geht uns aus dem Weg Sehe mir, wann wird das noch legal? Damit mir, wann wird das noch legal?